Ja, guten Tag, ich bin Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenfenne. Meine Frage an die Runde. Die politischen Lager sind ja jetzt klar abgesteckt. CDU und FDP auf der einen Seite, SPD, Grüne und Linke auf der anderen Seite. Kann es nicht sein, dass, wenn die SPD wieder auf Bundesebene regieren möchte, dass da eine Linke nicht mehr vorbeikommt?